Pressekonferenz zum Jahresauftakt in Schneeberg. Bürgermeister Ingo Seifert hatte wichtige Mitarbeiter der Stadtverwaltung an seiner rechten Seite, um Entwicklungen in der Bergstadt vorzustellen. Johannes Windisch konnte vermelden, dass das Schneeberger Museum für Bergmännische Volkskunst im vergangenen Jahr ein Besucherplus von 10% verzeichnen konnte. Nach 8.101 Besucher im Jahr 2018 zog das Haus in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 9.117 Gäste an. Das vergangenen Jahr war für das Museum für Bergmännische Volkskunst in Schneeberg ein kleines Jubiläumsjahr. Die Einrichtung wurde am 14. Juli 2019 rund 90 Jahre alt. Für 2020 sind sieben Sonderausstellungen geplant. So wird im Sommer das Jubiläum 100 Jahre Schnittschule Neustädtel gefeiert. Im Herbst soll es eine Sonderausstellung anlässlich des 95. Geburtstages des 1999 verstorbenen Schneeberger Ehrenbürgers Werner Kempf geben. Der hatte den Großteil seiner Aquarelle der Stadt vererbt.